Das ist meine Coachingzone. Das ist meine Coachingzone. Das ist meine Coachingzone. Hier sind wir die Läge, wo wir wollen. Ja! Stefan! Wann er vor? Stefan? Starts vor! Hier ist er! Mario! Steiner Ball! Starte! Steffen, komm schon! Wir haben noch! Wie viel? Halbe Mühle haben wir noch! Spielen! Einfach spielen, David! Schön! Gut, zwei Minuten nach oben! Komm mal weg! Komm mal weg! Mario! Auf dem Neug! Du nimmst den Elf! Nur Elf! Ach, alles lassen! Stefan, du gehst dann in zwei Minuten, wenn fünf Minuten um sind, gehst du ins Tor! Ja! Okay? Thomas! An den Elfer rangehen! Den Elfer! Hier ist er! Den nimmst du jetzt! Geh mit! Geh mit! Durch den Torwart! Komm, komm! 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 Und dann drauf! Oh! 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 Melanie, wie sieht's bei dir aus? Ja? Ja! 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 Ich bei! Ja! 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 M queremos Bescheid wenn du am Armbus! Fünf Minuten portion! So! Wächst dich dazu? Tami! Ja! Ja! Was ist Tami? Tami! D comment? Hier raus! Wenn er raus ist, kannst du einen platzieren! So! Gut! Geh mit! So! Ne dinheiro! Ja! Was, du bist auf die Tasche auf? Du hast die Tasche auf. Du bist der Helfer daneben. Superball! Ja! Komm her! Beteiligen! Wer hat die zwölf? Jeder hatte elf. Nee, zwölf haben wir gesagt. Elf. Die zwölf nimmt jemand anderes. David. Die zwölf hast du. Ja, okay. Klasse! Du größer! Aufpassen! Melanchol! Hier ist alles. Hier ist alles. Hier! Aufpassen! Melanchol! Ja, da muss der Thomas mit hin. Thomas geht mit hin. Du nimmst den Zwölfer. Schönes Ding. Gut gemacht. Langsam! Danke, David. Danke, David! Gut! Gut! Nachbar. Hier ist die zwei! Die zwölf müssen eigentlich die eigene Hälfte geben! Hier, die müssen rüber! Ja, es sind richtig. Hier! Die zwölf müssen rüber! Hier, die zwölf müssen rüber! Oh ja! Anton! Hallo! So geht's dir! Ich bin der Bein geklappt! Auf geht's! Dann von den Eil! Was? Entschuldigung! 8,950! Dann geht's lieber! Jetzt! Dirk, hin damit! Du hast keine Angst! Keine Angst haben, Thomas! 6 Minuten haben! Dirk, wenn der nächste Angriff... Warte mal wechseln! Dirk! Dirk! Dirk, du bleibst dort! Dirk, du bleibst dort! Das ist die Aufregung! Ey, Sören! Hau da noch drauf! Langsam! Kommi! Geh mal David, geh! Ami, bleib ein bisschen! Gut, geh! Entschuldigung! Ruhe! Wir hatten letztendlich die Ami-Nemel-Underfahrt. Spiel hin! Spiel hin! Anton! Das ist durchdichten! Ja. So, Anton! Anton! Super! Spiel hin! Sehr schön! Und jetzt geh! Geh! Gut, Thomas! Sehr schön, Thomas! Ganz groß! Mach immer! Mach immer! Schön! Ich wüsste, wie lang sie es bin. Zehn! 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 Sören bleibt! Noch mal, komm! Komm hier! Ami! Ami wechseln! Komm! Komm! Achtung! Komm! 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 Hey, Marco! Das ist auch so. Ach, noch nie! Wie denn? Und drehen an die Gegner wieder ran. Sandra noch mal rein? Ja. Melanie? Hier aufpassen, Sören, da kommt sie dir. Oh! Oh, sehr schön!